recht herzlich willkommen zur 91 folge vom corbel space programm ja wir sind hier schon auf der startrampe ich habe das was wir letztes mal hatten hier warte mal ich muss da mal rein suchen dann könnt ihr das auch sehen hier diese strada gemacht dreimal und rein so geht jetzt komischerweise mit dem score hat okay und hier oben fehlten die beine die habe ich dran gemacht habe auch noch anstatt 46 solarzellen da oben habe ich wo sind sie hier vier stück dran gemacht das habe ich geändert staging noch mal geguckt das passte alles ja das war soweit dann die sachen die der 3 geschrieben hatte ach so mit dem fallschirm das habe ich jetzt nicht gemacht ist auch egal denke ich mal den kriegen wir schon früh genug dann auf so dann würde ich sagen können wir aber eigentlich schon starten ss an vollgas geben und dann geht die reise los würde ich sagen oder 321 und da steht sie fliegt sie gut wir müssen an höhe gewinnen erst mal ja zuerst ist ein bisschen träge aber wenn dann die booster gleich wird sind dann wird es besser gehen dann können wir auch schon einschränken das läuft schon so bei 6000 sind glaube ich muss da ungefähr auch leer dann dann fangen wir auch einzuschränken an ich glaube das hatte doch mal irgendwann früher gesagt dass man bei 6000 dann auch mal schon eine neigung einstellen sollte gut dann ziehen wir das erstmal so weit durch das war höher kommen 6000 haben wir jetzt und muss da weg und dann gehen wir ein bisschen rüber und gucken wir mal hier rein haben wir gar nicht geguckt vorher lieber hier so liegen aber das sieht alles ganz gut aus ne ja passt doch oder 19.020 geht schnell hoch gut gleichkeiten vielleicht noch und dann war es das sieht ganz gut aus 30.000 jetzt mal so bei 55 da kann man noch ein bisschen waagerechter werden hier kann man gerade schon mal den ball hoch holen dann geht das auch alle von hier ja sieht gut aus schön eben ich gehe nochmal rüber weil wir hier auch die anzeige haben dass wir dann da sind wir gleich oben schon so ich denke mal jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die horizontale da ist schon die stufe leer jetzt habe ich nicht geguckt 68 oh wir können schon ganz runter so wunderbar dann so dann müssen wir das jetzt hier nur noch in der orbit reinkommen das sieht ziemlich gut aus der wegs jetzt natürlich noch können vielleicht dann wohl schwierig zu beurteilen eigentlich sollte man bis dahin erst aufrücken und dann wieder gas geben aber das sind jetzt kleine höhen einstellungen die jetzt hier noch passieren ich glaube das lassen wir so ja mittelstufe ist auch noch relativ voll passt alles sieht gut aus aber wir könnten ja kurz einmal nur vorrücken weiter sind wir im all und dann wieder speed geben oder so jetzt wieder die motoren starten so sieht alles gut aus kraftstoff ist noch reichlich da mal nur gucken dass wir das hinkriegen da hätten wir eben mal weiter geflogen jetzt jetzt doch ein bisschen knapp ne ne da war falsch da wollte ich hin so jetzt müssen wir doch wieder steigen jetzt fallen wir doch zu stark runter das war keine gute idee jetzt müssen wir den wieder aufholen lassen jetzt verjuckeln mal sprit denke ich mal keine gute sache kommt dabei wieder jetzt wir gewinnen wieder an höhe ja passt schon geht oder so 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 und die höhe steigt noch einmal an das ist alles gut und irgendwann kommt auch im orbit dann ne die sonne geht gerade auf und blendet uns dann drehen wir mal ein bisschen weg ja das wird werden 72.000 optimaler flug würde ich jetzt sagen momentan eben haben wir halt ein bisschen blödsinn gemacht das ist gleich das triebwerk alle jetzt heute ab hier wieder da ist das alle da ist das alle ok und 212 212 70 und alle genau ja gar nicht mehr so schlecht das können wir absprengen aber wir werden gerade mal hier runter gehen und gucken dass wir erstmal schauen wo wir hier die optimale flugbahn nachher haben also da müssen wir erstmal unseren mund suchen wo ist er da ist er da ist er set as target genau und dann müssen wir schauen dass wir hier die achse richtig hinkriegen so dann hat manöver da andersrum ist es wohl ne andersrum ist es wohl äh jetzt riecht den nicht ne so da haben wir 1,1 da wird es weniger da wird es weniger da wird es weniger 3 3 na da ist es nicht optimal dann so da kriegen wir es auf 0,1 da ist 0,2 ja warte mal wenn wir den aber auf die andere Seite sitzen ne dann geht es nicht geht nur hier dann da hätten wir es auf der anderen Seite auch andersrum sitzen müssen ne naja ist egal gut das haben wir ausrichten können wir dann schon mal falsche Richtung nach unten muss es dahin so so passt's und dann würde ich sagen können wir hier erstmal äh warp to next manöver machen und dann können wir diese achse korrigieren ne da sind wir da sind wir wo ist denn das manöver aber spielt auch keine rolle weil wir haben ja die zeit wo es gleich kommt und da müssen wir kurz einmal korrigieren da ist es gut bisschen schneller so auf normale Geschwindigkeit und das ist nicht viel zu brennen das können wir dann jetzt loslegen denke ich mal da und das war's so das manöver können wir entfernen die ist 01 das ist top jetzt können wir rauszoomen und gucken dass wir da hinten irgendwie hinkommen ja da müssten wir wieder ein manöver machen hat manöver und dann da raus aber das war ein bisschen viel so da ist irgendwas da oben achso wir müssten jetzt noch wissen wie rum das ganze da läuft ne focus view den müssen wir hier holen ne drum oder war das der da Jota ne Jota haben wir schon geholt den müssen wir den holen so der fliegt so rum ne oder ja das bedeutet wir müssen hier vorne vorher kommen irgendwie das wäre da also schon mal ganz verkehrt weg den dann sind wir natürlich schon vorbei mit dem teil hmm ne ja ich müsste das jetzt mal aktiviert kriegen ne ich möchte ja das da haben ne 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 Hallo? Würden Sie bitte... Also warum das jetzt wieder nicht geht, weiß ich auch nicht. So, da wäre das. Das könnte doch so aussehen, als ob das funktionieren würde, oder? Oder nicht. Focus View. Ne, da wären wir noch knapp dahinter. Okay, dann muss der Punkt nochmal verschoben werden. Da nochmal gucken. Jetzt sind wir vorne vorher. Das ist doch das, was wir brauchen, oder? Ja. So, das wäre die optimale Geschichte eigentlich. Ja. Das ist da. Wir sind vorher, werden da genommen, angefangen, Moon Encounter, und dann können wir da reinbrennen. Ja, ich denke, das ist nicht verkehrt, oder? Schön wäre es vielleicht noch ein bisschen zu optimieren hier. Will er nicht. Irgendwie packt er mir den Ring nicht an, da. Ich könnte das komischerweise löschen, aber das will ich ja gar nicht. Ja, lassen wir es so. Und wir werden dann gucken, dass wir in der nächsten Folge dann diesen Flug hinkriegen. Vielleicht geht es ja so, aber ich glaube auch nicht, oder? Kann ja, weil so ist es auch schlecht zu sehen, ne? Vielleicht war das aus der einen Ansicht gar nicht zu verschieben, oder? Ne, will er auch noch gar nicht machen. Ja gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.